Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Das ist der dritte Teil meiner Dokumentation über den Bau eines Kundenmessers. Die Klinge ist gehärtet und ich mache jetzt weiter mit dem Klingenspiegel, dem Anschliff und der falschen Schneide. Das ist der dritte Teil meiner Dokumentation. Das ist der dritte Teil meiner Dokumentation. Das ist der dritte Teil meiner Dokumentation. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020